Mobbing, dieses Allerweltswort, ein Wort, das sehr oft gebraucht wird, das sehr oft geschrieben wird, das beschrieben wird, das immer wieder thematisiert wird. Wenn es also psychologische Themen gibt, mit denen sich Menschen beschäftigen, dann ist es sicherlich dieser Ausdruck Mobbing, der sehr häufig ist. Und damit wollen wir uns jetzt im Folgenden ein bisschen auseinandersetzen. Also ein Allerwelts-Thema, aber doch immer wieder aktuell. Und wenn du Leute, Menschen darauf ansprichst, dann bestätigen sie dir diesen Ausdruck und sie erzählen etwas darüber, wie auch immer ihre Erfahrung ist. Die Frage stellt sich, oder hier stellen sich einige Fragen und Fragen stellen ist immer wieder was ganz Wichtiges, damit man Gedanken, Anstöße bekommt, damit man sich damit auseinandersetzt und beschäftigt. Ist eine Person Opfer? Macht sie sich vielleicht zum Opfer? Will sie also ein Opfer sein im weitesten Sinne? Was sind die typischen Mobbing-Dynamiken in sozialen Systemen? Ein soziales System ist ja auch eben vor allem die Arbeitswelt, also das Miteinander, die Interaktion, die die Menschen haben am Arbeitsplatz. Und soziale Systeme sind natürlich zum Beispiel auch Familiensysteme, Lernsysteme, Schulsysteme, Systeme von mir aus in der Wirtschaft, im Management und so weiter und so fort. Wirken manche Menschen auf andere Menschen so, dass man sie mobben will? Das ist ja vielleicht auch eine zentrale Frage. Wirken diese Menschen auf andere so, dass sie das auslösen, dass man sie unbewusst, gar nicht absichtlich, aber eher unbewusst, also unwillentlich mobben will? Mobbing oder Mobben steht im engeren Sinn für Psychoterror am Arbeitsplatz, mit dem Ziel, Betroffene aus dem Betrieb hinaus zu ekeln. Das ist ein Zitat, mit dem man sich auch beschäftigen kann. Zum Mobben gehören immer wieder zwei Pole. Das Leben besteht ja oft aus Polaritäten, aus Dualitäten und die beiden Pole des Mobbings sind der Gemobbte und der Mobber. Menschen, die einem nicht recht sind, werden gemobbt oder da entsteht sehr schnell die Tendenz, sie zu mobben. Sie lösen etwas in einem aus, nämlich so etwas, was wir in der Psychotherapie als Gegenübertragung bezeichnen. Ich habe ein Feeling, ich habe einen Eindruck von jemandem, ich habe ihn kennengelernt, ich habe diesen berühmten ersten Blick zum ersten Mal gesehen und dann reagiere ich auf diesen Menschen. Wie gesagt, unbewusst sehr häufig und vielleicht im Laufe des Prozesses bewusster werden. Ich will mit dem nicht acht Stunden zusammen sein. Meine soziale Umgebung suche ich mir selber. Ich habe Familie, das ist Familie und so weiter. Aber ich habe mir diese Arbeit ja nicht ausgesucht, um mit den Menschen zu arbeiten, sondern ich will einen Job haben, ich wollte einen Job haben, ich muss Geld verdienen, ich muss mein Projekt durchziehen, ich muss diese Arbeitsaufgabe bewältigen. Und da sind mir manche Menschen vielleicht zu viel oder die sind mir nicht recht, weil das ist eigentlich nicht meine Art jetzt mit denen umzugehen. Die hätte ich mir selber von selbst nicht herausgesucht. Gibt es beim Menschen, diese Frage kann man sich ja auch stellen, gibt es beim Menschen einen Drang, bei anderen, also bei anderen Menschen eine Gegen- oder Kontra- oder ein Opfer-Machen zu formieren? Ich bin gegen den, ich bin Kontra dem, der gefällt mir nicht. Und damit kann er eben auch zum Opfer werden. Gibt es so etwas, einen Drang? Wir können ja nicht immer allfreundlich zu allen Menschen sein. Wir streben das natürlich an oder es wird gelehrt oder es ist eine Doktrin oder ein Glaube und all das. Aber eine Tatsache in der Realität des Lebens ist doch, dass wir das nicht immer erfüllen. Es ist ganz automatisch so, dass wir Menschen mögen und andere nicht mögen. Dass es Sündenböcke gibt. Dass Sündenbock-Projektionen für Unzufriedenheit bestehen. Woran oder worin die Unzufriedenheit auch immer besteht. Also die Welt besteht eigentlich aus Sympathie, aber auch aus Antipathie, aus beiden Polaritäten. Und es gibt natürlich immer wieder, und das können wir beobachten, Koalition für und gegen. Nicht wie das in der Koalitionsbildung ist. Oder wenn wir ein Parlament sehen, wir leben ja in der Demokratie, dann gibt es immer ein Pro und Kontra, ein Für und ein Gegen. Immer gibt es Menschen, die sich unterordnen und tun sie das nicht, tun sie es nicht, automatisch werden sie zum Beispiel gemobbt. Also es gibt immer Menschen, die aktiver sind, die führender sind, die dominanter sind. Und die suchen sich natürlich ein Umfeld heraus, in dem sich Menschen auch gerne unterordnen. Und davon gibt es immer wieder ganz viele. Und wenn die Unterordnung gut funktioniert, dann ist das in Ordnung. Dann kann man in dieser Hierarchie arbeiten, wie beim Militär. Und tun sie das nicht, dann laufen sie Kontra und laufen eben auch Gefahr von demjenigen oder demjenigen gemobbt zu werden. Wir dürfen nie vergessen, dass am Arbeitsplatz, dass in Arbeitswelten Menschen eigentlich in dem Sinne unfreiwillig zusammen sind, weil sie wie gesagt eine Projektaufgabe haben, eine Arbeitsaufgabe haben, eine Aufgabe Geld zu verdienen. Aber das Umfeld, das soziale Umfeld oder die Menschen, die da zusammenwirken, hätten sie sich selber so vielleicht nicht ausgesucht. Braucht es andere Kommunikationen und Konfliktszenarien in der Arbeitswelt als die typischen ausgewiesenen Arbeitsaufgaben? Die Frage können wir uns psychologisch auch stellen. Es ist ganz natürlich, dass Menschen ihren Frust auf andere, die mit ihnen oft zusammen sind, abladen und das entsprechend thematisiert wird. Wir denken hier in diesem Zusammenhang auch an das Modell der Frustration und Aggression. Wenn Menschen frustriert sind und frustrale Anlässe gibt es tagtäglich immer wieder und viele, dann reagiert man mit Aggression und die Aggression verschafft sich ihren Weg und das wäre dann auch das Mobbing. Wenn Kooperation nicht funktioniert, dann Mobbing und Kooperation kann nicht immer funktionieren. Wir streben das zwar an, aber ich denke, wir überfordern uns auch als Menschen ganz oft und das führt dann zu einer Lässigkeit oder eben auch dann maximal zu einem Mobbing, dass ich jemanden quäle, dass ich da ablade an dem und so weiter. Also ein natürliches Ventil, das wir gar nicht immer abschalten können. Diese Aussage, ich will an meinem Arbeitsplatz Menschen, mit denen ich einigermaßen gut kann, wenn ich hier schon hart arbeiten muss, das ist auch eine Aussage, die man oft trifft in dem Umfeld. Natürlich leben wir in einer Welt mit viel Arbeitsdruck, mit zu viel. Wenn der oder die nicht mitzieht, dann mache ich Druck und dann muss ich Druck machen, um selber klar zu kommen, um es selber zu schaffen, um selber nicht Opfer zu werden, selber nicht unterzugehen und all das. Also es dient auch dem Stressabbau. Wir können auch die Frage stellen, braucht es mehr soziale Interaktion als nur die Arbeitsaufgaben und die Vorgaben am Arbeitsplatz? Also müssten wir Arbeitsplätze, das Miteinander, die soziale Interaktion nicht vielfältiger gestalten, also auch konfliktträchtiger oder mit Konfliktszenarien gestalten, die Konfliktszenarien modulieren, sie aushalten, mit ihnen umgehen, also sie nicht ignorieren. Natürlich sagt sich dann ein Chef, das ist nicht unsere Aufgabe, hier Psycho zu machen. Dafür könntest du eine Psychotherapie gehen oder eine Gruppentherapie oder sonst wie Selbsterfahrung machen, du hast hier deine Arbeit zu erledigen. Es ist ja immer wieder die Vielfalt der Begegnung, der Begegnung mit anderen Menschen. Und Streit gehört einfach zum Leben dazu. Konfliktszenarien, Streitereien gehören dazu. Die sind natürlich Fehl am Platze in der Arbeitswelt. Das heißt, wir könnten hier ausschließen, dass es einseitige Frustrationen der Arbeitsaufgaben gibt und dass das eigentlich automatisch in den Arbeitswelten, die so strukturiert sind, eingebaut ist. Als Menschen projizieren wir unsere Innenwelt und Problemwelt auf andere Menschen. Das ist vollkommen normal. Läuft in der Paarbeziehung genauso wie in der eigenen Familie, wie groß auch immer sie sein mag. Also damit auch am Arbeitsplatz. Vergessen wir niemals circa ein Drittel, die berühmten Drittelregeln, die uns immer wieder begegnen. Und ein Drittel im Bezugsleben, im Beziehungsleben ist aushalten und aushalten lernen und nicht alles ernst nehmen und alles narzisstisch auf sich beziehen und damit gekränkt sein. Die Kränkbarkeit vieler Menschen fällt heutzutage sehr stark auf. Und wir stellen uns dann die Frage, sind die Menschen heutzutage empfindlicher? Sind sie tatsächlich kränkbarer? Sind sie reizüberfluteter, überforderter, weil sie entsprechend mehr beansprucht werden? Weil man Arbeitswelten natürlich qualitätsgemanagt hat bis zum Gehtnichtmehr, also die Menschen unterworfen hat, den Arbeitsaufgaben, die sie haben, der Exaktheit, der Rationalisierung und so weiter. Diese Frage muss man an dieser Stelle auf jeden Fall auch stellen. Oder war es schon immer so? Und es gehört einfach zum Menschlichen. Einer ist immer der, wie auch immer, wir nennen der Esel der Depp oder Gott weiß was. Und dann ist es seine Aufgabe, damit umzugehen. Aber das können wir natürlich nicht hinnehmen, dass jemand herausgemobbt wird und deswegen kündigt oder solche krassen Fehler macht in seiner Arbeitswelt, dass ihm gekündigt wird. Ist menschlicher Kampf, ist menschlicher Diskurs auch mit diesen Mobbing-Möglichkeiten vielleicht nicht auch evolutionär? Sind wir Konkurrenzwesen, die mit anderen so konkurrieren, auch immer wieder mit anderen Menschen so konkurrieren, dass wir sie einfach weghaben wollen, dass wir sie raushaben wollen, dass wir uns weiterfühlen wollen, dass wir weitergehen und die uns eigentlich nur im Weg sind und Anhängsel sind und wir in unserer persönlichen Entwicklung einfach nicht weiterkommen. Vielleicht sind ja die mobbigen Welten auch Ersatz für echten Krieg oder für schlimme und verbotene, zurecht verbotene, kriminelle Konflikte und Handlungen. Und wir sollten lernen, damit umzugehen und damit klarzukommen. Und am Schluss vielleicht die Aufgabe einer guten Personalführung, eines guten Chefs, einer guten Chefin ist natürlich, damit umzugehen, zu sagen, welchem Raum gebe ich dem? Welche Konfliktszenarien kann ich mir leisten in dieser Firma oder sollte ich da nicht Institutionen nehmen oder Menschen mit hineinnehmen, Berater, wie sie auch immer sind, Psychotherapeuten mit hineinnehmen in die Firma, um diese Konflikte auch immer wieder lösen zu lernen? Das ist vielleicht eine Möglichkeit, die sich da anbietet. Also die menschlichen Themen, da wir sieben, acht Stunden am Arbeitsplatz verbringen, auch dort zu behandeln, weil sie schlichtweg dazugehören. Und das kann nicht nur sein, oder es ist sehr einseitig, wenn Menschen nur einseitige, bestimmte Arbeitsaufgaben haben, gerade jetzt, Stichwort nochmal, Qualitätsmanagement, aber das andere Psychische gehört nicht dazu und wird ausgeblendet. Das können Sie gefälligst in der Volkshochschule machen, am Abend am Stammtisch mit Ihrer Familie ausfechten, aber hier nicht am Arbeitsplatz. Und das geht natürlich nicht, das ist begrenzt. Und insofern stellt sich die konstruktive Aufgabe damit, in den sozialen Systemen der Arbeitswelten besser umzugehen und sich dem Thema zu widmen. Das ist vielleicht das Schlussplädoyer bei diesem kleinen Vortrag.